Die Top 5 Besten Produkte – Philips Soundbar Dieser Philips Audio B510512 2.0 Kanal TV Soundbar ist einfach fantastisch. Die Klangqualität ist ausgezeichnet und die 30 Watt RMS Ausgangsleistung sorgen für ein wirklich immersives Hörerlebnis. Die Soundbar ist mit HDMI ARC, Bluetooth, optischem und Audio 3,5 mm Eingang und einer praktischen Fernbedienung ausgestattet. Aber das Beste ist vielleicht das markante Design der Soundbar, das wirklich gut aussieht und jede Einrichtung ergänzt. Die Wandhalterung ist ein zusätzlicher Bonus, die die Installation sehr einfach macht. Ich empfehle diese Soundbar jedem, der auf der Suche nach einem tollen Audioerlebnis ist. Ich bin absolut begeistert von der Philips Audio B530510 Soundbar. Der Subwoofer ist kabellos und liefert einen unglaublichen Sound mit einem RMS von 70 Watt. Das HDMI ARC und die Bluetooth-Funktion machen das Anschließen von externen Geräten wie dem Fernseher oder einem Smartphone sehr einfach. Und das markante Design rundet das Gesamtpaket perfekt ab. Die mitgelieferte Wandhalterung ist auch sehr praktisch. Die Fernbedienung ist einfach zu bedienen und ermöglicht es mir, meine Musik von überall im Raum zu steuern. Ich werde diese Soundbar auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich bin begeistert von der Philips Audio Philips Fidelio FB110 7.1.2 Kanal TV Soundbar mit integriertem Subwoofer und dem kabellosen Lautsprecher Fidelio FS 110. Das Design in schwarz ist sehr modern und passt perfekt zu meinem Wohnzimmer. Die Klangqualität ist beeindruckend, der Subwoofer sorgt für satten Bass und der kabellose Lautsprecher für einen ausgeglichenen Sound. Die Installation war einfach und schnell erledigt. Ich kann diese Soundbar allen empfehlen, die ein großartiges Klangerlebnis für ihre TV- und Musikwiedergabe suchen. Ich bin absolut begeistert von der Philips Smart Soundbar Tab 82015. Die Kombination aus Bluetooth, 2.1 Kanälen und einem Subwoofer sorgt für ein unglaubliches Klangerlebnis beim Fernsehen. Die Einrichtung mit meinem Google-Assistenten und Alexa war super einfach und ich kann jetzt sogar meine Musik über DTS PlayFi abspielen. Außerdem passt die Soundbar perfekt zu meinem Fernseher und sieht sehr modern und edel aus. Ich kann sie jedem empfehlen, der auf der Suche nach einem hochwertigen Soundsystem ist. Ich habe die Philips Tab 720710 Soundbar 2.1 Wireless Subwoofer vor kurzem gekauft und bin absolut begeistert. Der kinoreifer Sound mit Dolby Atmos lässt mein Wohnzimmer zum Kino werden. Der Wireless Subwoofer sorgt für satte und tiefe Bässe, die das Klangspektrum vollständig abrunden. Das ultraflache Design fügt sich perfekt in meinen Raum ein und die HDMI ARC Verbindung macht die Installation kinderleicht. Ich kann diese Soundbar jedem empfehlen, der ein erstklassiges Sounderlebnis zu Hause haben möchte. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.